So meine lieben Leute, wir sind wieder zurück in Zurich für ein weiteres Cars in Zürich and Nightlife. Mal gucken was heute abgeht, hier vorne schon mal ein Ferrari 430 Spyder, wir checken den mal aus. Unverkan performante Spyder. Diese Socken. Fire! So, hier haben wir einen matt schwarzen 812 Competition. Boah, was ein Gerät. Rotal. Neuer SL 63. Das sieht schon geil aus. Aber mir gefällt der 812 viel mehr. Hinter dem 812 Competition steht ein McLaren 720S in Rot. Und da hinten noch ein McLaren in Babyblau. Und da hinten noch ein weißer 570S. Das geht gut ab von mal hier, also nicht schlecht. Da geht es wieder ab hier. Ferrari F8 Tributo. So. Nice and clean. Oh shit. Das ist nah. Rimp. Rim. Mag ich nicht mit dem Scheibenbeschein. Junge, was ist das denn? Fake Gucci oder was ist das hier? Two-Face? Weiß ich was. Eigenkreation. Billow. Irgendwie. Keine Ahnung man. Ah, what the fuck. ECC 4 Luzo. Ja man. Mit dem V12. So. Und hier vorne haben wir einen weißen F8 Tributo. So. Wird eben genannt. Mein Kollege geht's auch ab. Der hat der Seilig. Der musste dringend aufs Klo. Oh. Na ja. Und hier hinten. ist jeden Abend oder jeden Freitag oder Samstagabend immer irgendein Happening. Entweder tanzen die Leute wie die Wilden oder machen Yoga. Ich habe keine Ahnung was das für ein Verein da ist. Oh. Da hinten wird wo was passiert sein. Wieder jemand zusammengeklappt. So. Wow. Diese Felgen. Digger. Nicht mal ein GT4 ist das. Ist einfach ein normaler Cayman S. Porsche Cayman S Jungs. Jawoll. Ja. Mit GT4 Optik. Die Polizei hat sich jetzt ernsthaft dorthin gestellt. Um Leute dann aufzuschreiben und zu verfolgen, wenn sie gegebenenfalls hier Gas geben. Einfach nur erbärmlich. Das ist Zürich am Seebecken. Musik, Alkohol, mit Freunden, Freundinnen, Kollegen. Keine Ahnung. Das ist die Zeit für Sie. Nightlife. Digger. William but GUN BUT THE GUN게. Hol die Scho hier. Digger Mat. Haha. What the fuck. Stupid. Digger, was gehts auf? Ihr macht die Hosen hoch. Hahaha. Das ist eben das, was ich gesagt habe, hier passiert alles. Was für Felgen, Alter. Ich werde jetzt mit dem iPhone weiterfilmen, anstelle des Camcorders, weil das iPhone einfach viel mehr Licht durchlässt, das ist viel lichtstärker als der Camcorder, damit ihr überhaupt auch was erkennen könnt, sehen könnt und das auch für euch einfach angenehmer ist zum anschauen, weil wenn das Bild zu dunkel ist, ist es unangenehm zum gucken. Aber ich denke, das sollte genehm sein und hier kommt auch schon ein Huracan Evo Spider in Gelb. Und hier haben wir einen Lamborghini Huracan Performante Spider in Rot, auch mega geil. Performante sowieso, mein Lieblings-Huracan. Der Kollege steigt einfach aus, hält den ganzen Verkehr auf, oder Mann? Oh, hier haben wir noch einen schönen Hochschel. Hier haben wir sonst noch welche, die hier einfach Private Parking wieder machen. M3 mit Liberty Walk-Kit, umgebaut, sieht extrem aus, Alter. Schon wild. Oh, sieht schon krank aus, Alter. Brutal. Mega selten in der Schweiz ein Liberty Walk überhaupt zu sehen, aber hat was. Finde ich geil. Hier ist voll was los. Hier haben wir einen Ferrari F8 Tributo Spider. Dann haben wir hier ein F8 Tributo, das Coupé-Modell zumindest. Hier haben wir einen Huracan, GTC 4 Luce und einen roten Huracan. Doch, nicht schlecht. Vor diesem Hotel geht eigentlich meistens immer was. Das macht das Licht an. Oh, weißer SF90. Digger. Digger, was geht ab? Fuck, boys, o'clock. What's that? Und was ein geiler Porsche. Wunderschön. Jetzt kommt hier ein McLaren 570 wieder. Spider sogar. Audi A8. Boah, schöne Spider. Gelber M5. Tigger. Tigger. Boah. Babababam. There he goes. Boah. Was eine Farbe. Sieht richtig geil aus. Highlight. Boah. Boah. Nice. It's over. I'm going to fuck an Evo. Oh, with the dog. Oh, with the dog. Oh, shit. Hier geht's richtig ab, Digger. Digger, der 488 ist ja brutal laut. Das hier war der ultralaute 488. Boah. Der hat auch, der ist tiefer gelegt. Felden und Auspuff natürlich. Und hier vorne haben wir die Polizei, die wieder mal ein paar Fahrzeuge kontrolliert und aus dem Verkehr zieht. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Präsenz der Polizei war heute oder ist heute ziemlich hoch. Oh. Er hat den Rechtsvortritt missachtet. Der Kollege wurde jetzt gerade aus dem Verkehr gezogen, weil er den Rechtsvortritt missachtet hat. Und dann ist der Cop direkt vor die Karre gesprungen und hat ihn jetzt rausgezogen. Jetzt gibt's eine Busse. Für mich ist das ein Trinkgeld hier, eine Busse zu bezahlen. Und den nächsten, weil er beschleunigt hat. Der nächste wird rausgezogen. Mata Maria. Oh. Würde ich nicht mit mir machen lassen. Digger. Gibt's jetzt Großkontrolle oder was? Ja, erheblich zu schnell. Und da kommt er schon. Da kommt er schon, weil er zu schnell war. Das waren keine 30. Digger. Oh Mann. Schon wieder. Die sind da ein bisschen angesoffen. Hier ist das zivil. Oh Digger. Hier ist das Polizeiauto für das zivile. Jetzt wird er rausgebeten und wird kontrolliert. So. Die Arbeit ist getan. Jetzt gehen sie weg. Hier haben wir noch einen gelben Ferrari 488 GTB. So. Nicht schlecht. Was geht hier ab? Ein bisschen Dancing. Tick Tock. Die Club-Ecke. Wir fahren hier durch. Dem geht's schon nicht mehr gut. Das ist erst Mitternacht. Oh. Verliebt. Ja. Das ist einfach schon 10 nach 1. Und ich wollte vor einer Stunde nach Hause gehen. Mann. Typisch Zürich. Es hält dich immer was auf. So. Jetzt definitiv auf dem Nachhauseweg. Das war's mit dem Video endgültig. Ich mach jetzt wirklich einen Cut. Das ist jetzt scheißegal was passiert. Das packe ich ins nächste Video. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.